Nächster Song, der ist Gift und der geht um Drogen. An dieser Stelle werden wir sagen, wir sind auch von Bernstein gegen Konsum von harten Drogen, die abhängig machen. In jeder Form, in der nur die wenigsten unternehmen, die meisten gehen kaputt. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute.